Ich bekomme einfach nicht auf die Kette, meinen Alltag neu zu strukturieren und zu verändern. Der Wunsch ist so groß, aber ich lasse mich oft schon fünf Minuten nach dem, jetzt aber wirklich wieder frustriert in die Ecke fallen. Und es fällt mir sehr schwer, nochmal neu zu probieren. Ich sitze dann so lange, bis der Punkt erreicht ist, wo ich wieder denke, es kann so nicht weitergehen und ziehe los, obwohl ich weiß, dass mir das Verhalten sehr schadet und obwohl mir bewusst ist, das und was ich ändern mag, weil ich habe ja Visionen, wie ich es mir wünsche, kriege ich nicht die Kurve, ärgert mich. Ergänzt noch, andere Körperhaltung einnehmen, andere Gemütszustand. Lieber Lukas, kannst du uns eventuell spontane Übungen zeigen oder jetzt mit uns machen, um das auszuprobieren und direkt zu fühlen? Ich weiß, dass es einigen hilft, wenn sie eine direkte Anleitung bekommen und da schneller in die Übung reinfinden. Dann probiere mal nachher das und das aus. Kenne auch viele, macht man oft nicht. Wichtig ist aus meiner Sicht Folgendes. Jeder Mensch bringt in seiner individuellen Situation natürlich ein gewisses individuelles Schicksal jetzt auch in diese ganze Kiste hier mit rein. Pauschalisierungen helfen oft nicht weiter. Ob man jetzt in die Richtung pauschalisiert, wie läuft es beim Kassen zugelassenen Therapeuten, ob man in die Richtung pauschalisiert, wie wird einem bei einem Coaching das Geld aus der Tasche gerissen, ob man pauschalisiert, dir muss ein Heilpraktiker auf der körperlichen Ebene mit irgendwelchen Globuli oder Homöopathika helfen. Ihr müsst immer wieder versuchen, die Dinge, die euch so als Ideen dann auch zugetragen werden, auf die eigene Erlebensebene mal zu übertragen und zu schauen, was davon funktioniert für dich. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass meine Basics für dich nicht funktionieren, aber Ausnahmen bestätigen bekanntermaßen ja die Regel. Ansonsten geht es halt grundsätzlich, und in der Richtung würde ich ja schon pauschalisieren, erstmal darum, dass wir Menschen vordergründig in Gedanken, in Bildern, in Sprachmustern und ein bisschen auch in Gefühlen uns selber erleben. Und was vielleicht gerade eine passende Metapher ist, um nochmal so diese Hintergründe auch von einer Symptomatik, wie die Zuschauerin das hier beschreibt, nochmal mit zu erklären. Stell dir mal vor, wir würden jetzt mit einer Spezialkamera, Lukas 3000, keine Ahnung, ein Bild von deiner inneren Verarbeitungsebene pro Sekunde machen, und das machen wir mal einen gesamten Tag lang. Dann haben wir ja im Prinzip eine relativ lange Filmrolle, einen relativ langen Filmstreifen mit 24 mal 60 mal 60 sind 86.400 Bilder. Jetzt haben wir 86.000 Bilder von dir, von deinem Tag vorliegen. Und jetzt geht ihr ja quasi hin, so wie die Schnulli, und sagt, guck mal hier, ich habe dir mal exemplarisch diesen Filmstreifen mit diesen zehn Bildern mitgegeben. Ist doch kacke, ne? So, was soll ich denn jetzt machen? Und ich sage, was ist denn mit den anderen 86.390 Bildern? Was ist denn, die prägen das doch alles mit. Wenn wir uns diesen Filmstreifen von dir in Ruhe anschauen, dann sehen wir in der Regel eine enge Verzahnung zwischen deinem Filmstreifen, also dem, was bei dir den ganzen Tag mental passiert, und der von dir erlebten Symptomatik. Deine Symptome sind nicht falsch. Deine Symptome sind keine Strafe. Deine Symptome basieren in der Regel nicht auf einer Erkrankung, die wir heilen könnten, und wir damit dann nachher dich beschwerdefrei kriegen. Deine Symptome sind eine adäquate Antwort deines Kopfes und deines Körpers auf dein Leben. Wenn wir hier diesen Bereich an psychosomatischen Phänomenen oder psychischen Beeinflussungen eben nehmen. Das bedeutet, wenn dir deine Symptome einen adäquaten Hintergrund haben, müssen wir ja den Hintergrund verändern. Das sind 86.400 jetzt mal in dieser Theorie. Und was wir ganz häufig sehen, wir können aufzeigen, guck mal, wir sehen hier doch eine hohe Korrelation. Was macht der Mensch? Ja, ich weiß, aber ich habe mich doch schon angestrengt. Ich habe doch schon drei Therapien gemacht. Ich nehme doch schon ganz brav mein Duluxetin oder mein Mötterzapin oder mein Eszitalopram oder was auch immer. Wir verweisen gerne auf unseren Aufwand. Und wir müssen aber erst mal ausbremsen und sagen, du, aus dieser Korrelationskiste kommen wir nicht raus. Der Mensch ist, was er am häufigsten erlebt hat. Also ist mit einem S. Der Mensch ist grob, was er am häufigsten erlebt hat. Und wir müssen erst mal dahin kommen, zu sagen, wo kommen denn diese Inhalte auf deiner Verarbeitungsebene her. Erste Herkunft. Der Kopf denkt automatisch negativ-dramatisch misserfolgsorientiert. Das Gehirn ist das Organ, von dem wir denken, das wir damit denken. Punkt 1. Viele negative Inhalte sind da drin, weil der Mensch zu einem automatisch negativen Denken neigt. Ich genauso. Punkt 2. Anderes Beispiel oder andere Metapher. Forscher haben mal hochgerechnet, dass wir am Tag 60.000 Gedanken denken, wovon gerade mal 3.000 Gedanken neu sind. Also 5%. Und das bedeutet, wenn wir uns heute deinen Filmstreifen anschauen, dann sehen wir, dass unheimlich viel Zeug drauf wegen gestern. Und gestern wegen vorgestern. Und vorgestern wegen vorvorgestern. Und so weiter und so fort. Und wenn wir heute keine Veränderungen einbauen, wird morgen so wie heute. Was ihr immer wieder in den Nachrichten hier beschreibt, und was immer wieder auch ein wichtiger Hintergrund ist, ist einfach der Punkt, unser Kopf und unser Körper haben in gewisser Hinsicht eine Verzögerung. Im Audiobereich würde man von der Latenz sprechen. Es gibt immer eine Verzögerung. Und diese Verzögerung ist jetzt nicht, ja, du brauchst einen Tag. So nach dem Motto. Ja, wenn du gestern was Positives gemacht hast, dann kriegst du heute dafür den Effekt. Die Latenz ist auch nicht eine Stunde. Die Latenz ist aber quasi immer da. Und die ist immer über Null. Wir wollen immer sofort die positive Veränderung haben. Aber es ist immer eine Latenz da. Und diese Latenz kann auch mal gerne eine Woche sein. Wenn es der Schnulli diese Woche schlecht geht, dann sollten wir überlegen, was hast du letzte Woche alles noch gemacht, und dann aber langsam wieder aufgehört, sodass es dir heute so geht, wie es dir heute geht. Wenn es dir heute was besser geht, dann sollten wir nicht überlegen, hast du heute einfach Glück oder gut geschlafen, sondern was hast du seit letzter Woche vielleicht anders gemacht, um hier auch wieder in der Frage vorher die Strategien herauszuarbeiten. Was hat dich zum Erfolg geführt? Was machst du, um es zu machen? Was ist der Erfolg, der dich quasi im Alltag so als Handlungsstrukturen auch ausmacht? Und in diesem Zusammenhang müssen wir auch verstehen, die Inhalte auf diesem Filmstreifen können wir nicht korrigieren. Mit einem Schnippen oder mit einem Medikament dann irgendwie einfach korrigieren. Das greift ja gar nicht in diesem Bereich letztlich ein. Wir müssen uns in ein anderes Erleben bringen. Und bei der Schnulli ist, glaube ich, gerade ein Zustand, wo einfach alles so mehr oder weniger wieder am Wegschwimmen ist und wir jetzt uns wieder diese Orientierungspunkte suchen müssen. Übungen können dir bei vielleicht helfen, dass du in eine Art State kommst, wo du auch wieder die mentale Ausgangsstärke hast, dich um diese Dinge zu kümmern. Meditation, progressive Muskelrelaxation, autogenes Training, arbeite mit autosuggestiven Formeln und Wirkungen, die vielleicht dich insgesamt wieder ein bisschen berügen. Aber dann macht es aus meiner Sicht vor allen Dingen Sinn, wieder dahin zu kommen, dir die Dinge auch auseinanderzubauen, die in deinem Alltag einfach so eine große Bedeutung haben. Nehmt es mal von der Seite mit. Und das sollte vielleicht eine konkrete, sehr konkrete Übung sein, die ihr jetzt machen könnt. Ihr bekommt im Alltag im Prinzip immer mit, wenn irgendwas passiert, was euch belastet. Weil euer Gehirn sich dann mal mehr, mal weniger meldet. Ihr kriegt das mit. Ihr kriegt es aber nur selten verändert. Und euer Kopf wird richtigerweise dann hinten heraus auch sagen, du kriegst die Lösung nicht hin. Daraus kommt schnell die automatisierte negative Bewertung, du bist zu blöd eine Lösung dazu erschaffen. Viele von euch werden sagen, ja, es geht mir halt auch schlecht, weil ich zu blöd bin, das zu verändern, so sinngemäß. Kritik hört man, automatisches Blabberei im Kopf. Lob spricht man. Da musst du selber im Kopf hingehen. Das ist ein anderes Thema, besprechen wir wann anders noch mal zum Thema Selbstwertgefühl. Vielleicht kommt gleich was, wo wir es gut einbauen können. Der Punkt ist aber, diese ganzen negativen Bewertungen, wie auch du bist zu blöd, deine Lösung herauszufinden, das glauben wir auch häufig. Thema Selbstvertrauen. Immer an, wir glauben immer an das, was wir hier oben denken. Oder zumindest, was wir am meisten gewohnt sind. Das Interessante aber ist, die Schnulli kriegt im Alltag 100 pro mit, wenn sie eine Situation hat, die sie gerade stört. Das ist wie Schlagfertigkeit. Du bist auch schlagfertig. Spätestens nach 24 Stunden ist dir irgendwas Gutes eingefallen. Du kriegst immer mit, wenn dich das stört, spätestens 24 Stunden später. Wir kriegen es mit, was passiert bei uns. Oh, Eichhörnchen. Und zack sind wir mit unserer Aufmerksamkeit wieder weg. Dein Problem ist nicht dein eingeschränktes Lösungsmanagement. Dein Problem ist dein noch nicht existierendes Problemmanagement. Tipp von mir aus zahlreichen Sitzungen, aus viel Erfahrung heraus, versuche im Alltag erstmal in das konsequente Loggen und Analyse mitfahren zu kommen. Alles, also alles 100% theoretisch mitzuschreiben, wo du merkst, okay, da triggert mich gerade was. Negativ wie positiv. Müssen es 100% sein? Nein. Aber wir müssen weg vom alten Extrem, wo du das quasi noch gar nicht gemacht hast. Und allein dadurch nimmt diese eine Sache nochmal mit. Die meisten von euch kennen Murphys Law. Wenn das schief gehen kann, geht schief irgendwann und zwar dann alles. So gibt es auch Kittlins Law. Das besagt, wenn du dein Problem definieren und aufschreiben kannst, hast du es bereits zur Hälfte gelöst. Das besagt, wenn du dein Problem definierst.